Und hallo und willkommen zurück wieder zu Ready for Hight Ich habe jetzt schon ein paar Tage keine Videos rausgebracht, das stimmt mir auch leid, aber ich werde es erstmal im Moment so lassen, dass ich ein paar Tage keine Videos rausbringe und dann wieder Videos rausbringe, äh, wieder so ein Video rausbringe, damit das wieder ein bisschen, damit ich mir Zeit lassen kann bei der Videoproduktion. Und deswegen, ja, habe ich jetzt ein bisschen, mir ein bisschen selbstfreie Zeit gegeben und, ja, wir zocken aber jetzt einfach mal nochmal ein oder zwei Runden Radical Heights, kommt drauf an, äh, wie lang es dauert, ja, also, weil ich möchte nicht zu lange Videos machen, weil zu lange Videos will auch keine Schwanzgurken, wenn es ganz einfach so. So, ganz einfach jetzt. Ui, ui, es war wohl. Äh, äh, erst mal wieder hier runter. Ui, auf was soll ich denn die Grafik einstellen, wenn man das steht. Ich hoffe ich nicht aufs Bild so hoch. Aaaaah. Wuhu, Radfahren macht ich Spaß. Aber wo? Ui, aber wo lande ich sofort? Ach, es ist egal. Ach, es ist egal. Oh. Nein. Ich weiß mal. Ich weiß mal. hier ist nichts ich habe ein holster ich kann jetzt mehr waffen halten was haben wir hier nicht also ich muss die maus die maus sensibilität ist aber extrem schlecht ich bin ganz unten gelandet ich bin ganz schön ich bin eigentlich in den bitterland es ist eine andere Seite bevor wir die besten Ordnung Oh, ja, man. Ja. Ja. Mach ich ja mal. Ne. Einfach rein da. Ah, das haben wir. Mach mal da mal. Ah, 2. Ah, 9mm. Oh, ne. Weißt du, waffe. Das ist immer gut. Ah, geht das auch mal nicht. Jetzt hol ich mich einfach mal hier. Dann krieg ich überall. Alles was ich. Pff, nö. Ich habe doch jetzt hier 9mm. Ah, die Blutung hat genug. Nö, ging mal eine Granaten. Dann nicht. Ich wechsle nicht. Erstmal hier ein bisschen looten. Nee, ich mach nur eine. Nö, 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 nö. Eine. Eine. Eine Runde. Ich mach hier die. Ich mach hier die. Ne, ne. Das ist doch dumm. Ich würde was dummes sagen. So wie immer. Oh, das ist mir hier. Oh, das ist mir hier. Oh. Ach, scheiße. Lauter als. Au. Nö, da traf ich auch lieber die Waffe. Die macht dafür mehr Damage. Auch wenn die eine. Die so eine richtige Polizisten Waffe ist. Ne, mehr hier. Ne. Hier brauche ich nicht. Ich hab noch keinen Toten. Überklagen. Der Bett ist schon nicht nach. Oh, nein. Pyton Nummer 2. Ah, geil. Ne, geilere Python. Oh. Ich kann gerade was. Ah, jetzt hab ich ne Python. Entschuldigung. die karte ich mache eine runde ich mache mal einfach so wie man normal spielen kann die gegend macht man normalerweise jetzt mal hoch hat man mich auf nicht gut ich hoffe und jetzt runter nach waffen suchen ich glaube ich will auf keinen fall gewinnen aber ich habe gute waffen das sage ich jetzt schon mal im voraus so da ist ein guter blick in die stadt das freut mich hier ist neun millimetre da ist ne neun millimetre m 1911 hier ist eine python hier kommt keiner ran ja doch da kann man auch noch aufzupassen Spin to win! Spin to win! Spin to win! Wir kommen nochmal... Crowds... Oh! Shit! Oh mein... So... Ich muss eigentlich nur kurz auf die andere Seite... Das bringt mir aber nichts wenn ich jetzt hier im Treppenhaus... Hier hinten da... Nicht in der Zone bin... Oder wohl doch... Doch, das macht mir schon für mich... Muss man verkämmen... 15 Leute leben noch... Dann kann ich ja mal wieder eine Sache aus mich trauen... Oder keine Angst da haben... Erschossen zu werden... Wohl... 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 Ich lässt das... Wohl... Wohl... Jetzt stimme mich auch... Aber ich kenne mich nicht... schon... Wir hören unserem situação... 700 8 Es ist nicht möglich... Es ist kein Plan.... das verrät einem hier alles sofort da habe ich eine ppk zu hause freiheit und ja ich will runter so nachmittags doch einer jetzt bin ich hier hier wird schon die Waffe das ist das ist das ist das ist Nummer 1 oh cool ja jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen ich muss noch da oben, kommt fertig ich habe keine AK oder so ich gehe mal runter auf den Boden hier da müssen jetzt ja alle hin da hinten ist eine AK mir wird es gerade leicht gemacht da liegt einfach eine AK auf dem Boden der Fall da also ich brauche jetzt Schnellschussgewehre da eignet sich so ein so eine Fall erwählen ein Dessling ich mache jetzt hier so eine kleine Guerilla-Taktik da ich ja Guerilla-Taktik ist das halt nicht irgendwie ich ich renne ja auf den Feind zu ich warte auf den Feind in der 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 Zone pass ich auf meine Wien auf und die fängt natürlich jetzt gerade auf den auf rein rein auf auf schweiß kacke aber ich bin die ersten fünf geraten ja egal 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 ich bin mit der augen erschossen von überjuten august gut ich bedanke mich jetzt ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen bis zum nächsten mal